hallo youtube herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf der hof bergmann sehr besonders mein lieben ja es ist mal wieder soweit und wir gucken mal ein bisschen auf der hof bergmann rum da haben wir ja auch noch ein bisschen arbeit zu tun und wir werden uns heute darum kümmern dass wir uns den waldra schnappen und dann werden wir hoch auf feld 23 erfahren und wir werden das mal einer bodenbearbeitung unterziehen und da gucken wir aber erst einmal was man dafür auch brauchen ich muss nur kurz gucken musikmäßig passt okay wunderbar so dann nehmen wir das gute stück mal und dann werden wir uns mal unsere bodenbearbeitungsgeräte hinten dran schneiden und auch vorne dran ja und dann geht es natürlich weiter mit unseren produktionen wo man gucken müssen der käse müssen wir weitermachen alles dann müssen wir schauen wie es aussieht mit den verkaufspreisen dass man da ein bisschen was gutes zusammen bekommen so wird werden wir jetzt erst mal hierhin stellen und dann schauen wir mal so meine liebe das hier abhängen und dann nehmen wir jetzt erst mal hier drin das gerät mit muss man gucken der packer kommt vorne dran genauso ist es perfekt und das andere hängen wir dann hinten dran so trauen einfach trauen das sollte dann ganz gut funktionieren natürlich erst mal vorgespult also wir haben wir natürlich erst mal geschlafen denn es war ja im letzten mal schön nacht wo wir hier unterwegs waren und irgendwann muss der bauer natürlich auch mal nachtruhe halten nicht wahr perfekt und ab geht die luci erstmal schön mit dem waldrand runde zu fahren unsere hänger gehen hier hoch immer noch in wanderschaft das frage ich mich auch immer warum und die anhänger da so rumwandern das haben wir auch beim ant agrarprojekt auf twitch dass die anhänger da beziehungsweise der schneidwerkswagen geht immer ein bisschen auf wanderschaft so man bist kurios ja okay hier ist auch schon mit der zeug dass wir dann irgendwann mal einlagern können ist natürlich sehen unser lager wird das auch irgendwann einmal leer machen deswegen ist man da auch schauen nach guten preisen das muss so viel als möglich gewinn erzielen zwar wunderbar will marsch mal aus mal das fällt fällig ja wer werden wir heute aber mit das war das so war es genau so dann werden wir erst einmal das play haben wir da was für fällt zu und zwar werden wir erstellen feldarbeit ziel position haben wir hier und dann sollten wir wir machen vorgewänder sechs stück starten auf vorgewänder scharf vorzeigersinn generieren sehr schön das erste wegpunkt dann sollte der eigene stand gut dann kann der los tüdel hier wir nehmen erstmal hier unseren schlepper und wer denn erst einmal das ganze noch weg bringen ja genau der kümmert sich um den acker hier das passt sehr gut kann der hier loslegen wunderbar anträumischen anträumischen sage ich euch sehr gut sehr sehr gut das haben wir erstmal ins lager das gute zeug hier weil das lohnt jetzt nicht die 5000 liter ist jetzt nicht so lohnenswert dass man sagt okay das können wir weg bringen das braucht man jetzt nicht mache so genau den traktor rein dann holen wir noch unseren drescher rein und dann gehen wir noch mal in den garten und machen dort noch ein bisschen was fertig dann den käse darf man nicht vergessen die käse können wir eigentlich gleich machen wenn wir auf dem hof sind aber gleich schon mal ein bisschen was hinterfahren dass die produktion schon wieder anläuft und dann passt das denke ich mal so die luci wunderbar wunderbar anträumischen irgendwann müssen wir auch mal sehen dass wir uns die schafe wiederholen das ist halt wichtig scharfe wolle ziegen milch brauchen wir alles brauchen wir alles haben wir das erstmal hier wieder rein perfekt während der hier abgibt wenn wir uns hier die milch machen wir die volle und bringt die erstmal wieder hin dann müssen wir auch mal sehen dass man die kühle die müssen wir uns müssten dann wo auch sehen dass man dahinter herkommen schnell hinterbringen ja schnell ist relativ schnell ist relativ meine lieben so muss dazu sagen ja ich bin sehr gespannt auf morgen bin sehr gespannt aufs wochenende da ist nämlich 48er mein lieben da ist nämlich der 48 mal schauen mal schauen wie das so wird ich bin sehr gespannt drauf sehr gespannt wie ich das so durchhalte und ja guck mal das wird auf jeden fall interessant werden wir werden allerhand spiele spielen ist ganz klar ls ist definitiv mit dabei ja wir werden uns im ls auf der ostseeküste und bewegen ja und wir werden uns natürlich auch hier auf der hof bergmann unter bewegen und logischerweise auch auf der ant agrar also auf der irgendwo in thüringen 3 habt ihr ja schon mitbekommen die map können wir für uns ja ein bisschen umbauen was wir auch machen und haben ja da auch schon losgelegt fruchtzerstörung 2.0 haben wir mit drin allem drum und dran und werden auch so noch ein paar dinge einbauen wir werden auch produktionstechnisch uns noch ein bisschen was umbauen das müssen wir als kleiner insider was genau muss seid gespannt weil wir haben uns da so ein paar gedanken gemacht ihr wisst ja es ist schon ein real angelegter an realer landwirtschaft und natürlich zählen da auch produktion mit dazu wie kann man die güter die man erntet wie kann man die weiterverarbeiten sinnvoll weiterverarbeiten immer mit dem augenmerk wie ist es im real life macht das sinn und ja seid gespannt seid gespannt wir sind da dran und tüdeln und machen und tun wird ganz wird ganz neues werden denke ich mal so das noch hinterbringen und dann sollte das mit der milch erst mal wieder passen müssen wir auch mal gucken wie es mit unserem bier aussieht und da auch wieder zur rande kommen oder ob man da besser gesagt erst mal so weit alles drin haben müssen wir auch gucken so wir sind auch wieder aufgewacht perfekt 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 super so genau auf jeden fall waren wir stehen geblieben bei den spielen also wie gesagt er lässt es logischerweise mit dabei wir werden regfest spielen mit einigen aus der crew da einfach mal die saur auslassen wir waren runde am morgen erst spielen ich bin überlegen ob ich bei suchtos factory mit euch mal wieder reinschauen ja und dann kann ja so die idee was haltet ihr dann eigentlich von the forest meine lieben wollen wir denn einfach mal ganz geschmeidig bei the forest reinschauen mit einigen aus der crew was meint ihr schreibt es dazu gerne mal in die kommentare und ja dann werden wir logischerweise auch der calisto protokoll ja werden wir uns auch gemüte führen na und werden da mal schauen wie was wo bin sehr gespannt drauf viele sagen ja es soll wohl schon nahezu guter horror sein so ähnlich wie bei resty denn die will und werden wir mal schauen du bist ja ich bin ja generell so der rest in den ebay spieler haben wir ja jetzt erstmal durch so weit und deswegen muss man natürlich auch schauen nach alternativen ja die uns fesseln die uns mitnehmen so hier haben wir das hier er kann erst einmal hier der stört ja erst mal nicht da muss man hier gucken wie sieht es aus produktionstechnisch okay muss man erstmal wasser mal schauen wie sie aussieht ok perfekt das stoppt so was haben wir hier hier drin so wie sieht es hier aus aktivieren wir brauchen verdammt wir haben keine hilfe auch da müssen wir hier verkaufen gehen dann müssen wir echt hier verkaufen gehen das ist ja das ist ja so was auch das ist ja so was auch wo ist unsere unibug hat können wir stehen lassen wir brauchen hilfe also ab zum händler und es steht die wir produktion das können wir nicht das können wir nicht zulassen das können wir nicht zulassen deswegen ab zum händler die hilfe ist alle das funktioniert so nicht mensch was soll denn da werden wenn die bierproduktion nicht läuft weil da die waldfee das passt doch keine kuhhaut doch mal platz jung und sei lösch danke wunderbar da stimme okay also wir brauchen hilfe 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 hier nicht mit dabei war doch mal verbrauchst wieder müsste es doch hier ja weil okay okay eva kommt schon mitnehmen 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 einmal drauf damit die noch mitnehmen das ist das ist das ist das ist das ist die produktion die stehen bleibt ja wahnsinn drei liter aber noch drin wer weiß wie lange das reicht bin ich ins kinder so aber wenn wir das da haben aber erstmal wieder genug das passt ja und dann können wir da auch wieder produziert ich bin sogar überlegen ob man denn nicht vielleicht sogar in trauben in die trauben produktion einsteigen weil wegen traubensaft in so ne wisst ihr aber scheiß lecker traubensaft wenn man ja auch machen theoretisch so aber jetzt erst mal ganz schnell wieder zum produktion dass das passt ja ganz eilig sorry ja müssen wir mal den hermes boden überholen nicht so viel zeit sonst sind sie immer ganz fix die haben es boden aber wir wir sind da irgendwie dahinter dann kommen die nicht aus der hefe passen sie des wortes gott sei dank denke mal wir sind rechtzeitig bevor die produktion gestoppt hat rein dort und rein dort das sind gute strafe kartons mein lieben ja die gehen nicht kaputt wenn man die werfen so ist es nicht dort dass das dass das einmal aufmachen nach mir jetzt rein da auch schon wie viel wird hier nicht angenommen warum denn ach so keine freie kapazität okay alles klar alles klar gut 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 so dann müssen wir gucken da müssen wir gucken warte 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 wird zu fanden wird zu fanden rotmühle leute bot sich läuft lagern und reifen das läuft halt auch okay wie sieht es denn hier aus da ist noch drinne okay dann passt das soweit gut wenn wir das hinstellen aber meine liebe in youtube rinos wenn es euch gefallen hat ja lasst ihr sehr gerne das däumchen da und ich sage erstmal tschüss und tschau bis zum nächsten mal zum nächsten mal